Herzlich Willkommen im MEDUSALON! MEDUSALON – The Art of Hair Design. Sonja Schumann, Inhaberin und Friseurmeisterin seit 1994. Nicht nur Friseurmeisterin, du bist auch Münchner Meisterin, du bist oberbayerische Meisterin, Perückenmacherin und noch viel mehr. Magst du uns ein bisschen zu deinem Werdegang erzählen? MEDUSALON – So ist es. Die Meisterprüfung habe ich mit 24 Jahren abgelegt, also war noch sehr jung damals und habe dann relativ schnell angefangen in der Meisterschule zu unterrichten, habe Meisterschaften mitfrisiert, habe eigentlich sehr vieles gemacht und habe mich dann mit 30 selbstständig gemacht. Also ich habe den Laden jetzt seit 15 Jahren und bin auch ganz stolz drauf. MEDUSALON – Du bist auch Mitglied der Meisterin? MEDUSALON – So ist es, genau. MEDUSALON – Was unterscheidet jetzt MEDUSALON von anderen Salons? MEDUSALON – Also ich denke sehr vieles, weil wir heben uns definitiv ab von den Öffnungszeiten. MEDUSALON – Wir öffnen um 6 in der Früh. Wir haben bis 19 Uhr geöffnet. Mein Fokus liegt auf Handwerk, also wir liegen ganz großen Wert auf Handwerk. Also wir sind Handwerker, das heißt wir schneiden nicht mit Aufsatz. Bei uns gibt es keine 5-Minuten-Haarschnitte. Wir nehmen uns wirklich Zeit für die Kunden. Bei uns wird nicht doppelt gemoppelt oder reingeschoben. MEDUSALON – Versteckte Preise? MEDUSALON – Finde ich ganz was Schlimmes haben wir selbstverständlich nicht. Also wir haben einen Einheitspreis. Ob der Kunde ein Haarspray bekommt oder Gel bekommt oder was auch immer, das spielt bei uns keine Rolle. Der Preis bleibt gleich. Also der muss nicht erschrecken, dass er nachher dann mit 70 Euro rausgeht, weil da zwei Euro dazukommen und da zwei Euro dazukommen. Das gibt es bei uns nicht. MEDUSALON – Stichpunkt Getränke? MEDUSALON – Getränke sind bei uns natürlich auch inklusive. Die Kunden können wählen zwischen Wasser, Abfallschwolle, Kaffee, Espresso. Wir haben wirklich alles da vom Tee aufwärts über mehrere Sorten. Ist bei uns selbstverständlich im Preis inbegriffen. MEDUSALON – Ist das ein Wochenendservice für Chemopatienten, für Perücken? MEDUSALON – Genau so ist es. Also ich habe längere Zeit ehrenamtlich im Hospiz gearbeitet und mit dem Thema Chemopatienten auseinandergesetzt und habe da auch entdeckt, dass es gewisse Marktlücken gibt. Die müssen ja die Perücken abgeben, können nicht während des Salonalltags frisiert werden, weil die natürlich mit Glatzen da sitzen. Und somit bitte ich das an, dass die die Perücken vorbeibringen und ich mache die am Wochenende und die können auch am Wochenende wieder abgeholt werden, selbstverständlich. MEDUSALON – Überhaupt auch seid ihr ein bisschen karikativ tätig? MEDUSALON – Nein, wir haben sehr viel gespendet an die Kinderkardiologie in Großhadern. Das war unser erstes Projekt, das wir hatten. Dann hatten wir das Kinderhaus Atemreich beim Dritten Orden. Das Verein Helfen der Hände haben wir schon unterstützt. Also ich mache das mit meinem Trinkgeld, das wird permanent gespendet und seit einem Jahr unterstütze ich Obdachlose unter der Baulheise Unterführung. Da sind wir im Winter sonntags immer dort, kochen Süppchen oder kaufen Frühstück, was auch immer die brauchen, organisieren Schlafsäcke. Meine Mitarbeiter unterstützen mich da auch tatkräftig, bringen immer wieder was mit. Und da fließt auch mein Trinkgeld hin. MEDUSALON – Also ganz wichtig war mir, dass die Firma, mit der ich zusammen arbeite, ohne Tierversuche arbeitet und das wollte ich auch schriftlich bestätigt bekommen und das bekam ich von Paul Mitchell. Andere Firmen haben das nicht angeboten und die setzen sich auch ganz stark für den Umweltschutz ein und deswegen haben wir uns für diese Marke entschieden. MEDUSALON – Sie sehen hier eine wunderschöne Hochsteckfrisur geflochten, also Brautsch- und Ausgeh-Gala-Frisuren? MEDUSALON – Mache ich sehr gerne alles, genau. Wir machen Zopf-to-go während der Wiesnzeit über Hochsteckfrisuren, selbstverständlich auch am Samstag gegen Terminvereinbarung natürlich. Von Brautfrisuren über Braut-Make-up ist alles geboten bei uns. MEDUSALON – Hallo, ich bin die Birgit, bin jetzt schon lange Jahre da, ist aber ein Top-Salon bei uns. Ihr seid alle gut aufgehoben, ob Mann, ob Frau, ob Kind. Also wir haben eine super Stimmung hierhin. Immer gute Laune, nie schlecht drauf. Gerne gesehen seid ihr. MEDUSALON – Hallo, ich bin die Angie und ich bitte Ihnen jetzt eine langjährige Kundin, die Ines. MEDUSALON – Ja. Ines, was gefällt Ihnen besonders gut hier am MEDUSALON? MEDUSALON – Ja, ich fühle mich hier einfach wunderbar aufgehoben. Und ja, ich habe immer irgendwie recht sonderbare Wünsche und bin noch nie ausgelacht worden. Und es ist immer toll und man versucht immer eigentlich alles so zu machen, wie ich es gern hätte. MEDUSALON – Ja. M $ W Vielen Dank.